Wir sitzen mitten in Hamburg, mitten in der Parallelwelt bei Tine Wittler. Was ist die Parallelwelt? Die Parallelwelt ist ein kleines, privat geführtes Kulturzentrum. Also wir machen ganz viel Film, Kunst, Musik, Lesungen für Leute im und aus dem Stadtteil. Und noch dazu kann man sich hier gut gehen lassen, also ordentlich essen und trinken. Wir haben Tine Wittler zu Gast im Talkdash und da freuen wir uns. Bis dann!